Hey Johannes hier von NewGadgets.de und ich bin auf der CES 2017 in Las Vegas und schaue mir hier bei Acer das neue Acer Spire V17 Nitro Black Edition an. Also Acer hat die Nitro Serie wiederbelebt, die war ja sehr beliebt und mit der Black Edition hat man hier auch die stärkste Konfiguration vorgestellt. Es wird natürlich wieder mehrere Konfigurationen geben, beispielsweise von Intel Core i5 bis Core i7, mehrere Versionen des Arbeitsspeichers, mehrere Versionen des Displays etc. Aber die Black Edition hat natürlich die höchsten Konfigurationen, beispielsweise hier das 17 Zoll 4K Display, also mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel. Das ist schon sehr klein, ihr seht es an diesen winzigen Fenstern und den kleinen Informationen da drauf. Also es ist wirklich sehr hochauflösend. Unter dem Display haben wir hier noch den Augenscanner von Tobi, also ihr könnt hier beispielsweise Games oder Applikationen mit den Augen steuern, das ist schon cool irgendwie. Als Prozessor kommt hier ein Intel Core i7-7700HQ zum Einsatz, also richtig Performance. Siebte Generation des Intel Core Prozessors, also Kaby Lake. Und hier haben wir noch als Grafik hat ein Nvidia GeForce GTX 1060. Also wir haben hier richtig Performance, um zu zocken. 16 GB hat dieses System, aber ich glaube es sind auch bis zu 32 GB Arbeitsspeicher möglich. Gehen wir mal ein bisschen auf das Design ein. Also ihr seht überall matte Oberflächen, was ich immer sehr schön finde. Wir haben hier eine Chiclet Style Tastatur mit Numpad, die ist auch beleuchtet, wie man hier sehen kann, in rot. Wir haben hier auch noch eine rote Leiste. Unter der Tastatur haben wir hier auch noch das Touchpad mit den integrierten Maustasten. Und wenn wir es mal schließen, seht ihr schon, dafür, dass wir hier so eine fette Performance haben, ist das Notebook eigentlich schon relativ dünn und sehr mobil. Also 17 Zoll in dieser Größe, das ist schon okay. Werfen wir mal einen Blick auf die Anschlüsse. Da haben wir hier einmal den Kensington Keylock auf der linken Seite, zweimal USB 2.0, Audio-Ports und einen SD-Kartenleser. Und auf der rechten Seite dann die weiteren Ports und zwar USB 3.0 zweimal, USB-C, USB 3.0, HDMI und hier auch noch ein Ethernet-Port. Außerdem natürlich hier auch noch mal euer Anschluss für das Netzteil. Auf der Rückseite seht ihr auch hier Aspire V Nitro. Das sieht schon sehr cool aus, der Schriftzug. Vom Design her ist er auch nicht Gaming-Glassics, sondern sehr elegant gestaltet, wie ich finde. Hier silber, schwarz. Die Oberfläche hier beim Display ist dann auch noch leicht geriffelt. Das finde ich schon wirklich sehr schick. Das ist also hier das neue Acer Aspire V17 Nitro Black Edition. Ein Notebook, das sich auch wirklich zum Zocken eignet, denn wir haben hier einen leistungsfähigen Prozessor und noch eine sehr leistungsfähige Grafikkarte. 17 Zoll, sehr hochauflösend als 4K-Display. Das ist schon mal eine Ansage, vor allem auch hier mit dem Augentracking von Tobi. Ist das ein wirklich sehr interessantes Gerät, das vor allem durch seine kompakte Bauweise überzeugen kann. Das ist also hier das neue Aspire V17 Nitro Black Edition. 17 Zoll 4K-Display, richtig performante CPU und GPU. Und auch hier das Augentracking von Tobi in einem sehr kompakten Gehäuse. Wir haben hier also auch richtig viel Performance, auch für Games. Das Acer Aspire V17 Nitro Black Edition wird ab Februar verfügbar sein für 1299 Euro. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem System habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren. Und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keines meiner Videos zu verpassen. Vor allem nicht hier von der CES 2017, denn da kommt noch so einiges. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.